100 Jahre Thüringen 100 Jahre Thüringen, das ist das 100-jährige Jubiläum der parlamentarischen Demokratie in Thüringen. In einem Land, das sich nach langer Trennung friedlich wieder vereinigt hat. Es ist aber auch die Warnung dafür, was mit dieser Demokratie passieren kann, wenn sie nicht beschützt wird von den Bürgern. Und das werden wir heute besser machen, als das vor 100 Jahren passierte. Fertigungsvolle Warnung Warnung High